Ich soll an von Castillo töten? Ein Diktator zu töten, der unser Land schändet und unser Volk fast geladen? Ich denk drüber nach. Und du so? Du wirst eine kottverdammte Greer-Legende! Ich bin nicht furchtlos. Aber eins verspreche ich. Man wird mich furchten. Es gibt Löwen und es gibt Lämmer. Herrscher. Oder werde beherrscht. Du bist ein Löwe. Und wir fressen die verdammten Lämmer. Schade, Drumba. Da hinten gibt's eine weitere Quest. Die ist jetzt im nächsten Gebiet. So, das heißt, wir machen jetzt die Hauptquest hier weiter. Ich will nichts davon hören, dass Libertad und Clara Garcia uns hätten helfen können. Nicht, dass ich das von dir erwarte, aber... Mira, Conron und El Tigre sind tot. Heben wir uns die Tränen für nach dem Krieg auf. Schieb es weg. Mach weiter. Dieser verfickte Yankee McKay und sein Geschäft sind unser Hauptziel. Ich muss mehr über seinen Betrieb in Erfahrung bringen, um unseren Angriff zu planen. Ich will, dass du Störsender kaputt machst. Die blockieren alle kabellosen Datenübertragungen in La Jolla. Wenn du ein paar von ihnen zerstörst, kann ich mich mit dem USB-Stick verbinden, den ich dir gebe. Steck das Ding in irgendein Computer in McKays Gebäude und ich bekomme Zugang zu seinem Netzwerk. Wir finden die Schwachpunkte dieses beschissenen Yankees und zwingen ihn in die Knie. Ich habe ein Bild von den Störsendern auf dein Handy geschickt. Boah. Sind wir zu weit. Wir können eine Schnellreise machen. Nein, wir können aber auch Propeller machen. Komm mit. Wir machen eine... Hetz, 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 hetz. Nein, 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 nein. Du weißt gar nicht, was du dir entgehen lässt. Doch, das macht Spaß. Die Scheiße fliege ich nicht mit dir. Warum nicht? Helikopter dann? Na gut. Ist genauso schlimm mit dir, aber besser als das da. Warum machst du keine Flugzeuge? Bist du jetzt BA oder was? Nee, weil du fliegst, dass es einem schlecht wird. Ich bin Quack der Bruchpilot. Zwei an Diensten. Ich gebe jetzt mal mein Glück. Wenn ich sterbe, dann bin ich bei dir. Ich stehe noch unter Schock. El Tigre und Honron an einem Tag? Meine Güte. Ich werde Castillo und Melkete. Ojo, Borjo. Genau. Aber ich habe nicht angerufen, um deine Racheanzeige zu schaffen. Schießt du auf mich? Nein, wie kommst du darauf? Weil ich das höre. Ich wollte dir sagen, dass ich das neue Hauptquartier von La Moral in der Cardoso-Mühle eingerichtet habe. Schau doch mal vorbei. Okay, viel besser. Oh, eine Sache noch. Da wir hier jetzt keinen Türstel mehr brauchen, sucht Alfredo nach neuen Abenteuern. Glaubst du, lieber Tatat-Verwendung für ihn? Schau mal bei Gelegenheit auf WhatsApp. Ja, ich guck mal eben. Machst du da hinter mir den Ballermann? Nein. Wie kommst du? Hast du jetzt abgedreht? Nein. Ich bin vor dir. Ich bin sogar so neben dir. Ich höre deinen Motor. Da bin ich gleich unter dir. HyperCloud 2 oder das 3? Boah. Über mir ist er. Weiß ich gar nicht, ob ich das noch da habe. Müsste ich gleich mal gucken. Dein Motor hört sich an, als ob er so... aus dem letzten Loch pfeift, ne? Ja, du bekommst mir auch vor. Boah, muss ich gucken. Ich müsste das, glaube ich, noch haben, aber das hat einen anderen Anschluss, als das Zweier, ne? Ich meine, das Zweier hat einen Doppelpin gehabt und das Neue hat jetzt nur noch einen Pin. Oder andersherum. Was hast du gemacht? Ja, wir müssen hier raus. Oh, nein, 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 nein. Nein! Verpiss dich! Was hast du gemacht? Da kam eine Rakete angeflogen. Bin gefühlt gerade ein bisschen blind. Bist du schon da unten drin? Nein. Nein. Ach, wir müssen den Störsender hier kaputt machen. Hier vorne ist so ein Dingensierer, ein Computer. Geh da mal dran. Oh, Haller. Da, wo ich jetzt bin. Nein. Wir müssen hier den Störsender kaputt machen. Ich habe eine Flugverbotszone. Warte, 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 ich muss runter. Ich weiß nicht, was da vor sich geht. Die Geruch werden mir die Nasenhaare weg. Ja. Das Zweier habe ich definitiv nicht mehr hier, das Mikrofon. Das habe ich, glaube ich, weggeschmissen. Das Dreier müsste ich gucken. Oh, Leicht. Der Scharfschützer hat mich geholt, ey. Bitte nicht stören. Da ist er. Ein Störgerät erledigt. Gut, aber wenn du jetzt... Stimmt, du hast jetzt geschafft, ja. Und ich werde in McKays Gebäude wimmelt es uns auf uns. Ja, also ich... Komm mal rüber zu mir. Ein Störgeräte auszuschalten. Bin auf dem Weg. Ich bin gleich tooooodt. Jetzt bin ich. Ich habe mich runtergeholt. Jetzt geht gleich erstmal die Post hier ab. Die wollen. Die haben ja richtig Bock. Weißt du das? Boah, bin tot. Der hat mich vergast. Der Benner. Kriegst du mich aufgegabelt? Da wäre ich dir sehr verwunden. Wenn machst du diese. Mit Spachtel. Komm, steh es mal auf. Danke dir. Ich bin da. Da ist jemand. Da ist jemand. Da ist jemand. Da ist jemand. Da kommen noch mehr aus dem Süden. Da kommen noch mehr aus dem Süden. Rechts die Gesellschaft, Dani. Wer ist Scharfschütze? Wer ist denn da? Mein Hahn. Chicharron. Pokémon. Los, steh auf. Geh! Schießpulver! Ist mein Suppenhuhn schon wieder tot? Ganze Gesicht geplatzt. Mg-42, das ist so am rocken, ne? Nur zu wenig Munition dafür. So 300 Schuss, die sind ruckzuck weg. Lieber dat. Säurefabrik. So 1000 Schuss, aber 이렇게 in Ergebnischung. Gesunde strömen. Dichter Svensch. Verse, du bist entscheidet, in entirety. UNDGEN-TE-GÜUICH.